Soja, eine der wichtigsten Eiweißquellen weltweit. Angebaut auf riesigen Agrarflächen, für die Welternährung von entscheidender Bedeutung. Der größte Teil der Soja-Importe wird als Tierfutter verwendet, mit drastischen Folgen für Mensch und Umwelt. Es geht nicht, dass alle Menschen dieser Welt ein Recht auf ein tägliches Steg haben. Es geht nicht. Um immer mehr Futtermittel zu produzieren, werden riesige Flächen Regenwald gerodet. 34 Millionen Tonnen Soja sind es, die die EU im Jahr für die Massentierhaltung importiert. Tendenz steigend. Tendenz steigend. Was das genau heißt, haben jetzt Forscher der Universität Minnesota ausgerechnet. Im Jahr 2050 müsste doppelt so viel Soja, aber auch Mais, Reis und Weizen geerntet werden wie derzeit. Nur dann würde niemand mehr hungern. Doppelt so viel. Kaum vorstellbar, wie das gehen soll. Die einzige bekannte Methode, die Erträge so rasant nach oben zu bringen, ist die grüne Gentechnik. Die aber bringt heute schon immense Umweltzerstörung mit sich und birgt unkalkulierbare Risiken. Was also dann? Bio-Soja scheint da eine Möglichkeit zu sein. Aber nur, wenn die Reichen auf dieser Erde ihre Essgewohnheiten konsequent ändern. Ein Soja fällt in der Nähe von Freiburg. Tofu-Produzent Wolfgang Heck bei der Qualitätskontrolle. Seit über 25 Jahren arbeitet er mit Soja. Seine Vision? Mit Lebensmitteln die Welt verändern. Mit 7 Kilo Sojabohnen machen wir rund 14 Kilo Tofu, was in der Wertigkeit gegenüber dem Fleisch gleichwertig ist. Und ich kriege auf die Art und Weise einfach, sagen wir mal hier, 14 Mal mehr Menschen satt. Und das ist ein Riesenargument für die Welternährung. Wolfgang Heck hat den Soja-Anbau in Deutschland heimisch gemacht. Ohne Pestizide und ohne Gentechnik. Auf diesen Feldern wächst nur Bio-Soja, der dem Klima hierzulande trotzen kann. Seine Ware wird nicht als Tierfutter verwendet. Mitte der 80er Jahre ist Wolfgang Heck in das Soja-Geschäft eingestiegen. Taifun, Europas größter Bio-Tofu-Hersteller, wurde gegründet. Vor über 25 Jahren war die Produktion von Tofu noch etwas komplett Neues in Deutschland. Heute arbeiten über 200 Menschen in dem Unternehmen. Hier liegen alle unsere Schätze. Hier ist die Sojabohne endlich mal transformiert in einen Zustand, also wie in einer Münzprägung. Hier ist halt Tofu geworden, ja, und es liegt sie in unserem Tofu-Tresor und wartet auf die Weiterverarbeitung für all andere Produkte, die wir noch herstellen. Vor der Produktion werden die Sojabohnen eingeweicht und von ihrer Schale getrennt. Über einen Gerinnungsprozess wird später aus der Sojamilch der Natur Tofu gewonnen. Vom Basilikum-Tofu über Bratlinge bis hin zum Tofu-Wiener produziert das Unternehmen hier die unterschiedlichsten Lebensmittel. Da die Nachfrage nach Tofu stetig steigt, benötigt Heck immer mehr Soja. Der regionale Anbau hat jedoch seine Grenzen. Deshalb bezieht Taifun auch Soja aus dem Ausland. Doch nicht immer entspricht die Ware den Qualitätsansprüchen. Eine Lieferung brasilianischer Sojabohnen enthielt Rückstände von Pflanzengiften. Für Heck nicht akzeptabel, genauso wie jegliche Form von Gentechnik. Wir brauchen Bio-Sojabohnen. Wir wollen keine gentechnisch veränderten Bohnen. Wir sind bereit mehr zu bezahlen für eine gute Sojabohnen.